So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Partie von The Last of Us im Multiplayer. Wir sind wieder zu viert, die gleiche Mannschaft und so weiter und so fort. Hi! Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! Kati, ich habe gehört, du machst im nächsten Party Cam an. Aber, 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 die Cam sieht man nur im Vex-Video. Also schön auf Vex-Kanal gehen, da seht ihr die Cam von Kati. Genau. Mann, das glauben jetzt meine Abonnenten alle. Das glauben die immer, du. Wenn du sagst so, hier Cam nächstes Mal, dann gucken sie auch. Ja, nee, das Ding ist, dann hat Vex das Problem. Und nicht du, weil ich habe jetzt gesagt, auf Vex-Kanal. Aber ich verarsche meine Leute nicht, deswegen mache ich sowas gar nicht. Ja, aber es gibt ja Bilder von mir. Ist ja nicht so, als wenn ich mir noch nie gezeigt hätte. Es gibt Bilder von dir. Ey, guck mal, wie gemeint das wäre, wenn jetzt alle Deckungsschutz hätten und man diesen Markieren-Auftrag nicht machen kann, oder? Das wäre richtig fest, oder? Dann hätte ich voll verkackt. Da wären 40% meiner Leute tot. Sag mal, ich brauche noch ein Level für meinen Schallämpfer. Das, das... Also das erste habe ich schon mal abgeschlossen. 40% sterben. Wenn ich das andere jetzt... Oh, die Shorty. Jetzt kann ich die Shorty kaufen. Na, super. Die ist nicht so geil. Nee, die ist echt scheiße. Nee, die ist richtig kackig. Der Tom 3, hallo, 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 was ist Wahnsinn. Psch, psch. Zwei Level Nuller und ein Level Dreier. Hallo! Zwei Level Nuller, ein Level Dreier. Wir sind nicht Level Null. Ja, irgendwie schon, ey. Psch, psch, psch. Der Last Mind Standing gehabt, war alleine. Die Mikro-Quali ist voll geil von dir. Einen mit dem Boden gekillt und einen mit dem Messer. Das war fett. Das war richtig fett, Digga. Fett. Fett. Ja, ich hatte die Klasse mit drin. Ich mag euch! Keine Reaktion, okay. Ich hab das echt schon mal gedacht, dass die uns auch hören, ne? Aber das ist ja eigentlich unmöglich. Ja, das ist ja echt unmöglich. Da müsste es ja an die Konsole angeschlossen sein. Dickfehler. Das ist mir auch schon mal bei PC-Shootern passiert. Da war Voice-Activated und ich laber die ganze Zeit mit meinen Leuten im Mumble und hab mich da voll geschämt, weil die mich gehört haben. Wie, dann muss die Konsole angeschlossen sein? Das verstehe ich nicht. Ja, das Headset für die Playsy. Headset. Ja. Du hast ja so ein kleiner... Da gibt's ja so eine... So eine Schnecke oder so, die kannst du dir ans Ohr hängen. Wie heißen die? Ach, die hab ich. Die steht bei mir hier grad vor mir rum. Soll ich's mal anmachen? Hallo! Gibt's da dann, hallo! Glauben sie's dir nicht. Dann denken sie, du bist ein kleiner Junge. Was? Oh lol ey Ruffel, Ruffel, guck mal. Dann sagen sie, das Spiel ist ab 18, ey lol. Kennst du das? The moments before I told them I'm a girl. Tyraffine 97 nennen wir's. Tyraffine 4... 2.2004 am besten. Okay, ich glaub da ist keiner. Ah, ich glaub noch was schön. Warte, ich schau noch mal. Ne, da ist keiner. Sind wir nur zu zweit hier, Foka? Äh, weg sind wir. Foka ist bei mir. Ich bin ganz weit weggelaufen. Oh, da! Okay, vorne, 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 vorne. Ich platziere hier eine Nagelbombe. Der gerade. Achtung, Gewehr! Au! Boga? Wohin? Äh, wo bin ich noch rum? Au! Der Sack! Alter, wie geht ein Werb mit seinem Bogen? Der hat mich direkt dreimal Volltreffer tot. Rex, pass auf. Die kommen zu dir, ne? Die sind richtig gut. Der eine der Ds, der Marcel oder so. Wir kommen auch, wir kommen auch. Die Verstärkung ist unterwegs. Ja, macht euch da keine Hoffnung, die sind saugut. Der eine der trifft echt Hammer mit seinem Bogen. So, abwarten. Mal schauen, was die Shorty so mit sich bringt. Hast du die Shorty? Wieso, Weggs? Ich will wissen, wie die so ist. Was denn der? Wie im Singleplayer. Wieso? Warum, Weggs? Falt dir echt gut. Ich hab den Bungshitzen einmal getroffen. Die Shorty war kaputt. Oh, Alter, was? Ich snipe mit meiner Hyper-Automatischen. Ah, er hat mich. Ah, okay, gut. Ja, mich auch. Ja, die sind, ich sag euch, die sind richtig gut, Leute. Ich hab jetzt eigentlich den Wallhitter erwartet, aber... Ja. Ey, wie? Wie hat der mich erwischt? Hinter dir, hilf mir. Hilf mir! Du! Du, du Asi! Hilf mir! Die sind da zu dritt, nein! Was? Du! Das gibt's gar nicht. Oh, gar! Ich sterb gleich hier schon wieder, weil keiner da ist und in der Nagelbombe lag. Geil. Ich könnte ja nichts machen, da sind vier Stück. Ah, beleg mich. Ich bin immer kurz rechts. Was soll ich machen? Ich wollte dich gerade wieder belegen. Foka, was soll ich machen? Die Wibru, das ist unverzeihlich. Die machen uns nass. Ohne Witz, was ist mit denen los? Die legen die Bomben nicht direkt an die Kisten, an den Kisten ab, sondern im Gebüsch daneben. Was ich wollte gerade zeigen. Muss ich echt aufputzen. Brauch Deckung. Ja, machst du das jetzt von mir. Wie treffen die? Die treffen, glaub ich, jeden Schuss. Die haben doch... Die haben doch Schlag gesoffen. Ich ruhe. Oh Mann, danke. Dankeschön. Ich bin fertig. Also, ich hab einen Kill. Ich hab gar keinen. Ich auch nicht. Ich hatte einen umgelegt, K.O., aber dann haben sie ihn wieder... Ja, hau. Wir haben mit der Halbautomark. Oder hier. Vorsicht. Oh, oh fuck. Was war das? Vorsicht und sie rennt. Die legen in das Gebüsch, Mann. Ey. Bitte, bitte. Hallo, hilft mir auch mal jemand? Und Kathi lässt er liegen, oder was? Ich dachte, ich dachte, der Wax hilft dir. Ja, das ist halt ein Irrführer. Bei mir starrt es doch nicht weit ran, weil sie so zwei Decken ja nicht. Sie sind geile Teammates. Ich geh jetzt. Ist nicht bei dir. Alter, schnell. Also, ja komm, hier, lass den einen liegen, schnell. Ist besser. Ich kann mit Kathi... Hat denn jemand von mir noch ein Messer? Eigentlich haben wir ein Messer. Wir haben eine Rauchbundung. Achtung, Achtung, Achtung. Rechts von euch. Unten. Nein, die sind ganz weit unten. Die sind im Wasser da. Ja, das können ganz schneller gehen, als du denkst. Dann hängen die bei dir und hauen dich. Ich glaube, sie kommen von hinten. Wenn sie kommen. Ich glaube, die sind auch wieder alle vier zusammen, oder? Die rennen nicht alleine los. Ja. Hä? Ah, da kommt einer hoch. Er ist aber relativ weit weg. Ja, echt. Achso, da liegt einer, ja. Warte, ich löse aus, Kaddi. Er ist bei mir weg. Die sieht man so geil, wenn die in der Kiste liegt, ne? Oh, erwischt. Da kommt noch einer. Ach, komm, rechts, 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 rechts. Der hat noch einmal erwischt. Der Asi. Au! Ja, achso, alles klar. Ich bin fertig. Los geht's. Vorsicht. Nein, nein, nein. Nicht Molly, nicht Molly. Oh. Ey, die sind richtig gut, Mann. Die Bombe ist scharf. Achtung. Das sage ich aber auch nur, weil wir richtig schlecht sind. Seid ihr noch da? Ja, ja, wir sind noch da. Ja, wir sind sehr konzentriert, weil hier ist alles voll. Huch. Ist da einer? Die explodiert nicht. Die explodiert ja doch. Wollen wir es so machen, wir einigen uns darauf, dass sie cheaten. Ja. Hinter uns, hinter uns, sie kommt hinter uns. Alle drei. Äh. Okay. Also das andere hinter uns. Ja. Oh, shit. Da kommt es rechts. Vorsicht, die haben bestimmt gleich wieder einen Molotow von mir. Sag ich doch jetzt. Das ist gleich überhaupt nichts. Ich hab Angst. Ah, fuck. Ich hab einen erwischt. Ich hab einen erwischt. Glaube ich. Ja. Hilf, bitte, bitte, bitte. Irgendjemand muss jetzt ganz schnell den Eindring. Mir auf, mir auf, mir auf. Oh. Frech Molly. Also rennt. Hast du getroffen? Ich weiß es nicht. Ich hör gar nichts. Also er ist... Witz, die machen uns zu Null fertig. Ah. Wir müssen einen Erdenkopf drücken. Was sind das für Penner? Oh, hier ist ne Bombe, wenn ihr respawnt. Ach, hier. So ausgelöst. Mir wird ja schon oft gesagt, dass wir so schlecht sind, aber... Ich hab die ausgelöst und das hat mehr als die Hälfte meines Lebens weggenommen. Das sind aber auch die bisher besten Gegner. Die sind richtig krank. Also heute haben wir Teams oder greifst du ein? Also die legen, die Bomben machen richtig gut. Niemand rein. Niemand rein. Hilf denn, hilf denn. Hilf denn, hilf denn. Hilf mir doch mal. Hilf mir. Wo ist denn? Du bist doch hinter uns. Ja, das Problem ist, die sind halt auch so richtig zu geil. Die legen halt die Bomben so, dass man die fast gar nicht sehen kann. Ja. Eine Sekunde. Abmarsch. Die sind nicht schlecht, die Jungs. Ich hab noch ein Geschenk. Ich hab euch das mal erzählt. Ich bin mal respawnt und direkt von der Bombe gestanden. Bombe. Kriegt jemand eine Rauchbombe? Bruga kriegt eine Rauchbombe. Oh Mann, danke. Danke. Oh Mann, danke. Oh Mann. Fertig. Los geht's. Ich leg's jetzt auch mal in den Busch. Husch, husch, in den Busch. Ich tritt da wieder auf. Der Zoom ist manchmal ein bisschen zu heftig vom Jagdgewehr, ne? Ihr müsst aufpassen. Wenn ihr euch da so drei Mann in diese Ecke da kauert, ist die Chance größer als... Was, wenn wir drei Frau werden? Da kommen alle, da kommen alle. Ich hab einen Molotow. Ich hab einen markiert. Ja, ja. Da ist aber rechts davon nochmal alle. Scheiß Eindringling! Aufpassen Leute. Ich halte die Blumen. Ich hab einen da gehört. Den hab ich erwischt. Weg, weg, weg. Ja. Seht ihr das? Halt. Ah, was ist der Molly? Noch eine Rauchbombe. Ah. Ich sehe fast null, ne? Unglaublich, ne? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht. Unglaublich. Wir schmeißen wir nur Rauchbomben. Guckst du dir an, ne? Autsch. 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 Ich wollte einen mit Messer töten, aber der ist kein... Hä? Mist. Das muss ich verbinden. Mist. Das muss ich verbinden. Ich sehe gar nichts. Das ist aber... Die halten aber auch extrem lange. Da ist einer mit Bogen. Taku. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Ich hab da nicht geschossen. Oh, ja, genau. Verdammt. Das sind zwei. Dieser dumme Takal. Leck mich am Arsch. Blödmann. Ich hab kein Geld sonst. Verdammt. Äh, Angst. Der schießt so gut mit dem Bogen. Pass auf, Katti. Ja. Komm weg. Von überall, von überall. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die sind so krank, Leute. Wie kann der mit dem Bogen so gut schießen? Es geht gar nicht. Hab Angst. Es geht nicht mehr. 20 zu 6. Wow. Arsch. Ja, toll. Ey, warum lag hier ne Bombe, bitte? Kann mich jemand rein? Ich muss hier... Vorsicht, die kommen gleich. Ach, schon weiter. Sorry. Roger, haltst du mich? Ja. Ey, was sind das für Arschlöcher? Mal ganz ehrlich. Entschuldigung, war nicht so... Warte, hab ich den getroffen? Alter, kommt einer von oben. Da kommt drei von oben. Bleibt stehen. Die haben irgendwas geworfen. Ich hab sie jetzt... Einfach einer von links, einer von links. Was sind denn das für Penner? Ja, dann schaut doch nach links, wenn... Sonst können wir das tun. Hälter, mit einem Schuss ist die Rüstung weg. Mit einem Schuss. Ja, Bogen halt, ne? Ja. Hab dich Arsch. Ja, Vollwax. Heil uns. Wenn sie jetzt einen Molli weg... Stört, Junge! Komm! Aufraben! Was? Tötet ihn! Vorsicht, da hinten sind die anderen schon wieder, ne? Alter, Falter! Verstirb, verstirb! Lass den noch nicht. Die kommen hier gleich von der anderen Seite. Die kommen hier gleich von der anderen Seite. Kann mich jemand rein? Hab doch. Bin dabei, Vorka. Okay, danke. Die kommen hier jetzt bestimmt gleich. Okay, wir haben einen getötet. Yay! Wir sind zu gut. Wer hat gesagt, die sind zu gut? Niemand. Ich. Wechsel, keine Ahnung. Wir haben auch Penner, ne? Mit dem Bogen gehen die voll ab, die Idioten. Ja, das ist übel. Ich hab auch öfter gehört... Ich frag mich, ob das ihr Bogen ist oder aus der wählbaren Klasse. Ja. Äh, wahrscheinlich ihr Bogen. Die sind schon relativ hohes Level. Ne, ähm... 61, 10, 30... Ich hab öfter mal gehört, dass der Bogen echt die beste Waffe sein soll, wenn man damit umgehen kann. Ja, wenn, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Der Bogen ist überall. Hätte, hätte, wildkette. Hätte, hätte, wildkette. Ja, Mann. Ja, bei mir liegt ein Helm auf dem Boden. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. War gut. Leute, die kommen gleich von hinten. Wir müssen uns Moilies bauen. Ja, aber ich hab leider keine Ausrüstung mehr. Ich hab gar nix durch. Ich find hier nix. Ich hab auch nix. Aber hey, jetzt verlieren wir wenigstens nicht zu null. Yay! Einen, super. Einen. Haben wir geschafft. Wir sind ganz toll. Find ich auch. Das sind so richtige... Achtung, die Bomben können wieder n bisschen sein. Ich mag die Typen nicht. Das sind richtige Ärsche, du. Richtige A-Löcher sind das. Das sind richtige Chill-Killer. Ist so. Ja. Und nach Sache Checker 97. Vorsicht, irgendwo liegt hier zu 90% ne Bombe. Äh, im Launchmodus seht ihr die. Boah, was liegt denn hier für Zeug? Hier liegt keine Bombe. Aber vor uns waren, glaub ich, welche. Ja. Vor uns da hinten. Ich kann mir noch immer kein Moilie bauen. Wieso? Ja. Mal schauen, was ich hier so bauen. Ich kann mir... Fertig. Los geht's. Oh, ich kann mir... Nagebombe... Ist ne Moilie? Ist ne Moilie? Zwei Moilie, zwei Molotows. Los geht's! Richtige Deppen sind das, du. Die warten jetzt irgendwo. Ja, na klar, dass die Zeit runterläuft. Hö hö. Ach was. Alter Schuss. Die würden uns ja auch... Ah, die kommen von vorne, die kommen. Die kommen. Achtung, ich hab da ne Bombe hingelegt. Kommt her, kommt her, lasst ihr in die Bombe laufen. Okay. Na gut, die ist grad schon weggerollt, da rennen sie eh nicht. Ich glaub, die sind gut genug um die Bombe. Vorsicht, einer hat nen Molotow auf jeden Fall von den beiden. Also... Verteilt euch. Ich hab sie getroffen, ich hab sie getroffen, Kati. Ich werfe Molotow, Achtung. Oh, 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 da ist noch einer. Fuck, 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 fuck. Komm zurück, Poker. Ich kann die nicht sehen, sonst würde ich die anschießen. Jawohl. Sehr gut, Vex, sehr gut. Yay. Wir haben zwei getötet. Wir sind so gut. Und weh, jetzt sagt noch jemand, wir sind schlecht. Oh, shit. Ach, bis. Ach. Ich hatte... Exekutieren auch sofort. Achtung. Oh Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin getroffen. Ach, komm. Warum kann ich nicht zählen? Vorsicht, Poker, die kommen direkt. Ja. Ja. Ja, schieß mich doch ab. Nein. Oh, der fällt weg. Oh, der fällt weg. Ich hasse den Nahkampf. Kati, komm her. Oh. Ja, die machen's auch gut, die töten uns sofort, bevor, bevor, ähm... Da ist er. Warte, haltu. Mach's. Nein. Ach. Wer trifft mich denn da? Ich hör den nicht mal. Ja gut, der Bogen, da hörst du nicht mal. Chipp, chipp. Der schlägt einfach ein. Ja, das macht der immer so blick, blick, blick. Ich kann Molly basteln. Yay. Ja, super. Ich hab jetzt nicht gewinnen. Oh fuck. Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Das sind solche Penner, ich mag die nicht, ich mag die wirklich nicht, das sind Ärsche. Was ist bei dir los? Die sind viel zu gut, die sind zu niedrig, aber viel zu gut. Warum das? Ich hab's zweimal gehittet, Achtung nix von dir. Ja, so niedrig sind die Arme. Zwei Dings von dir. Oh, komm schon, überall haben so einen hingepackt, die Penner. Du kannst nicht weitermachen. Überall. Ich bin fertig, los geht's. In Ordnung, kann losgehen. Na komm. Yes, einen erwischt. Jawohl. Danke. Ich hab auch noch einen Molotow-Cocktail, so ist es ja nisch. Weil unsere Bomben rennen den... Nein! Das ist doch meine Bombe, warum... Komm, 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 komm. Sag ich doch, man kann in die eigenen Bomben rennen, ich bin immer noch dieser Ansicht. Wie ehrlich ist das denn? Komm schon, atme weiter. Was soll denn das? Mal ganz ehrlich, was soll denn das? Komm weiter. Ja. Ja. Ja, okay, die kommen noch nicht. Aufrein. Soll er da stehen? Zip, 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 zip. Oh, hellig. Zapp, 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 zapp. Wir machen nur die Punkte durchs Hallen. Da vorne. Hier vorne bei mir. Wie willst du sonst auch Punkte bei denen machen? Das ist unmöglich. Wir kriegen hier voll aufs Mett. Die rennen bestimmt überall so durch, die sind wie wir, nur sind sie gut. Also ne, ich meine, die sind da bestimmt zu mehreren im Voice und sprechen sich halt die ganze Zeit ab. Die Gegner gewinnt. Okay. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die führen ja nicht mit 16. Muss mal vorne drohen. Gut, dass uns das Spiel das sagt, sonst hätte ich das jetzt total aus den Augen verloren. Na komm, lieber überleben als ne Niederlage. Absolut, ne? Nein, nein. Kommt schon. Scheiß drauf, Mann. Machen wir sie fertig. Komm da. Bam. Ich will einen. Bam, ich hab noch einen. Exekution, Exekution. Nein! Lass mal die Exekution gönnen sie mir. Nein, ich wollte Molotow werfen. Ja, ich hab sie beide gekriegt. Echt? Ja, aber. Das bringt nichts. Das bringt nichts mehr. Oh, oh, oh. Und die neuen Exekutionen. Boah. Oh, oh, oh. Jetzt geben sie wieder an. Hörst du ja an, die Sack vollen Mücken, du. Die Bomben waren das, die wir genau unterlegt haben. Oh Gott, ich hab schon wieder Minus. Ich hab genau 0. 73 gebraucht, 73 bekommen. Plus 40. Oh, jetzt hab ich endlich den Schalldämpfer. Huh. Na ja, gucken wir uns mal das Ergebnis an. Hahaha. Ich hab einen K.O., fünf Tode und bin Zweiter. Was soll der Kack? Ja. Ich hab sieben K.O., sechs Tode. Ich hab sieben Reanimationen. Na, Leute, wir schmeißen euch mal raus. Das macht keinen Sinn mehr. Ähm. Das war's mit diesem Part. Wir wollten auch mal zeigen, dass wir nicht so die Besten. Also, dass wir auch Menschen... Wir wollen mal zeigen, dass wir auch ohne abzusprechen mal verlieren können. Haha. Genau. Ich hoffe, ihr habt auch gesehen, dass wir jetzt nicht die Child Killer 97 und 096 sind. So. Äh. Das war's mit diesem Part. Schönen Part. Schönen Part. Tschüss. Tschüss. Tschüss.